Musik 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 Gut gemacht, Bernie! Der Mann, der unser neues Leben finanziert, wird bei Klavierklängen weich. Du hast ihn endgültig anhand gezogen, Bernie. Alles klar. Das ist jetzt nicht das, was man Geschwisterlüber nennt, aber gut. Ich sage dir, was ich mache. Ich gebe dir 40% der Anteile statt einem Dritten. Aber ich will Johannes und das Geld innerhalb von vier Tagen hier haben. Das ist mein Angebot. Ich hätte dich gerne in der Reha besucht, Johannes, aber Baden-Baden, das sind ja immer gleich zwei Tage. Und Sandra im Abitur und so hoch. Krankenhäuser sind einfach schrecklich, wenn man allein ist. Es war gar keine so schlechte Zeit. Irgendwann hat es mir sogar gefallen. Richtig gefallen. Und ich dachte, die ganze Zeit du hast Schmerzen. Ich habe mir hier die größten Sorgen gemacht. Dabei hast du bloß keine Lust gehabt, heimzukommen. Ich hatte Schmerzen. Aber ich hatte auch Zeit, über uns nachzulegen. Du setzt 1,3 Millionen ein und kriegst 8 Millionen raus. 8 Millionen, Johannes? Konservativ geschätzt. Ja, das habe ich gehört. Und es ist sogar realistisch. Der russische Markt ist groß. Sieht so aus, Ben, als hätte dein Vater recht gehabt. Ich höre ihn noch, wie er am Tisch zu euch sagt. Jungens, ich mache die Tausende, ihr macht mal Millionen. Das Leben ist schön, so schön. Johannes! Wenn ich nur mache die Mist übermorgen, nicht, nicht selbst oder andere. Wenn es dir wieder besser geht. Könnten wir beide dann nicht fort von hier? Ich meine, wir beide alleine. In 22 Jahren. Weil kein einzigen Tag glücklich. Ja, okay. Mal so ein bisschen. Ja, damals, ihr Minuten, aber eine halbe Stunde. Aber kein einzigen, kapelten, verfickten, scheiß Tag. Mal so ein bisschen.